Servus, Grüezi und Hallo! Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Badenfarmer und freue mich, dass du auch heute wieder bei unserem Projekt mit dabei bist. Richard Miller braucht heute unsere Hilfe. Sein Auftrag, den wir gerne annehmen, ernte die Gerste auf Feld Nummer 5 und bringe sie dann für mich zur Getreidemühle. Feld Nummer 5 ist mit über 34 Hektar eines der größten Felder hier in der Gegend. Unser Fuhrpark steht bereit, aber mit einem Trescher werden wir sicher nicht an einem Tag die Ernte einfahren können. Also mieten wir uns für diesen Auftrag noch einen weiteren Lexion 8900 Terra-Track und mit drei Abfahrern sollten wir dann bis zum Einbruch der Dunkelheit fertig werden. Ich wünsche dir gute Unterhaltung beim Zusehen, dein Badenfarmer. Wir bewegen uns für die Espagne mit dem Zusehen, dein Badenfarmer. Wir bewegen uns für die Götterlein, dein Badenfarmer, bis zum Einbruch der Dunkelheit in die Anflute. Wir bewegen uns für die Schrauben bevorzniere chose. Wir behängen uns für die Bedeutung beim Zusehen. Nachdenkann die die Karte und die Chirin hinterher der Dauer, ihr habt ihn auch nicht vor, aber erneut weniger Zeit, wie erneut weniger zu kommen. So, was wir Ihnen heute alle Ajax haben? Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.